Nach seinem Outing muss Ralf Schumacher ein Riesenstein vom Herzen gefallen sein. Nun äußert er sich ganz offen zu seinem Coming-out und stellt klar, dass es hierbei wirklich nur um ihn und seine neue Liebe geht. Vor knapp zwei Wochen hat er es getan, Ralf Schumacher, 49, hat sich geoutet. Der Ex von Cora Schumacher, 47, ist seit knapp zwei Jahren mit seinem neuen Freund Etienne zusammen und überglücklich, nun darf es jeder wissen. Die Resonanz war riesengroß. Zahlreiche Menschen gratulierten dem Rennfahrer zu dem großen und auch mutigen Schritt. Doch nun spricht Ralf Klartext. Ralf Schumacher spricht endlich Klartext. In dem Podcast Hardenacke trifft sprach Ralf Schumacher mit seinem Sky-Kollegen Peter Hardenacke zum ersten Mal über sein Outing. Ehrlich habe ich nicht damit gerechnet, auch nicht, dass es so viele Menschen interessiert, und dass auch so viel öffentlich drüber gesprochen wird. Und ich dachte, dass ich da so ein bisschen aus dem Fokus bin, gesteht der 49-Jährige. Was ihn aber besonders gefreut hat, waren tatsächlich die Reaktionen, die aus dem Rennsport kamen. Ich fand's auch schön zu sehen, wie es in der Formel 1 funktioniert hat, mit extrem viel Respekt. Die Resonanz der Teamchefs, Fahrer und so weiter, so Ralf weiter. Doch bei all der tollen Resonanz, möchte der Bruder von Michael Schumacher, 55, damit keine Message in die Welt raussenden. Im Gegenteil. Ich möchte auch für nichts stehen, sondern es geht hier rein egoistisch um Etienne und mich, und dass das auch klar und eindeutig ist, wer der Partner an meiner Seite ist, um eben auch normal leben zu können. Ich wünsche mir nur, dass wir unsere Ruhe haben, erklärt er. Und die gönnt ihm die Welt nun hoffentlich auch.